Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissionär, Minister Löger. Willkommen Sie zum Parlament, auch von meiner Seite. Dieses Jahr sind wir die Prioritäten für das Budget der Union für nächstes Jahr, genau wie wir sie für dieses Jahr haben. Kanzler und Parlament, gemeinsam sagen wir, die Ökonomie ist wichtig, die competitivität ist wichtig, wir wollen mehr Verwaltung, mehr Jobs, Forschung und Innovation sind wichtig, aber wir gehen zwei unterschiedliche Schritte. Der Parlament, unter der Liederschaft von Daniele Viotti, wird die Änderung, realistische Änderungen, wo der Geld braucht. Während der Kanzler, prägt, dass die competitivität, Forschung und Innovation ist wichtig, reduziert die Kosten für Horizon 2020 für die 300 Millionen Euro. Das Wörstens die competitivität in Europa. Es endangere die Forschung und die Innovation. Das ist deshalb, Herr Minister Löger, ich würde wirklich auf Sie, in den folgenden Negotiations, um die Position des Parlaments zu verändern, so dass wir adäquatlich finanzieren, diese wichtigen Bereiche, die wir gemeinsam mitgegesehen haben, sind wichtig. Wenn wir uns mitgegesehen, dass etwas wichtig ist, müssen wir es auch adäquat finanzieren. Secondly, ich würde gerne, Kollegen, die Augen auf eine von den Änderungen, die ich vorangehört habe, die die Allokation von 50 Millionen Euro. Das ist in der Position des Parlaments, in der Nähe 2, für die Fähre in Europa combattungsvolle Änderungen in Europa, because in several member states we are seeing this dangerous disease, which affects farmers in Europe. And I would like to call upon the Commission and the Council to foresee the amounts needed. People, farmers are in need. We have to stand by their side. If they are in need, the Union has to be by their side. Thank you very much. Nun hat Herr Mankar das Wort für zwei Minuten. Vielen Dank.